Promi-Geflüster heute mal wieder aus dem Studio, aber ich habe mir heute einen Hintergrund eingebaut. Der passt eigentlich umwerfend zu unseren heutigen Interviewgästen, denn sie sind eigentlich mit dem Tretboot unterwegs nach Hawaii. Und Hawaii habe ich jetzt im Hintergrund und natürlich ist Fantasy natürlich heute meine Gäste. Halli, hallo, grüßt euch. Hallo zusammen. Ja, wie weit seid ihr mit dem Tretboot? Jetzt seid ihr schon drüben? Ja, das Tretboot ist nicht wie prognostiziert untergegangen bis jetzt. Also noch schwimmen wir und mal schauen, wo die Reise hingeht. Genau. Oder müssen wir eher dann zum letzten Teil dann die 10.000 Luftballons für euch in die Hand nehmen? Wir sind ja auf alles vorbereitet, denn nicht umsonst haben wir die 10.000 bunten Luftballons aufgeblasen, damit wir, falls das Tretboot runtergeht, von den Luftballons noch gerettet werden können. Ja, also das passt eigentlich alles perfekt zusammen. Und 10.000 Luftballons, das ist auch euer aktuelles Album, ne? Ja, ganz genau so sieht es aus. Genau. Und jetzt in der Krise, wie geht es euch? Was steht bei euch an? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn wir in die Zukunft ziehen könnten, dann würden wir das sagen. Das können wir leider nicht. Also wir sind genau wie alle anderen Menschen im Moment gerade ein bisschen außer Gefecht gesetzt worden mit Gewalt. Und wir hoffen, dass das ganz schnell vorbeigeht und dass wir wieder normal arbeiten können und leben können. Wie alle anderen Menschen natürlich auch. Wie alle anderen auch, genau. Wie schaut es mit Urlaub aus? Habt ihr den auch schon hinter euch? Ich glaube, da zieht es euch immer mal wieder nach Kroatien. Ja, ich bin ja, ich habe ja, meine Mutter ist ja Kroatin und wir haben da immer schon ein Haus. Also seitdem ich Kind bin, das Haus gehörte meiner Oma. Und ja, es ist naheliegend, gerade jetzt in der Zeit, dass man ja auch, man will ja auch irgendwie ausbrechen und man darf sich ja nicht so ganz so weit bewegen. Und Kroatien ist ja mit dem Auto noch gut erreichbar, sodass wir in diesem Jahr beschlossen haben, zusammen in Kroatien Urlaub zu machen und einfach ein bisschen die Zeit zu genießen, die Seele baumeln zu lassen und ein bisschen zu philosophieren und mal einfach auch die Zeit genießen, wo wir dann eigentlich mal zusammen sein können und frei sind und ein bisschen kreativ sein können auch mal endlich. Also für mich selber war das wirklich der schönste Urlaub meines Lebens. Danke, danke. Und nicht mit Bier, mit Bier. Was sagt mit Bier? Das hat mit Bier. Das hat mit Bier nicht zu tun. Weißt du, warum das der schönste Urlaub war? Ich habe dort sieben wunderschöne Tage verbracht und ich brauchte kein Geld zu bezahlen. Wenn man natürlich jetzt ein bisschen das Video zu eurem Tretboot quasi angeschaut hat, es ging ja relativ lustig zur Sache. Alles vor der grünen Wand. Erzählt mal ein bisschen, wie ist es entstanden? Naja, also wenn man uns kennt, weiß man, dass wir natürlich sehr viel Wert auf Reisen gelegt haben. Wir waren in Rio, wir waren in San Francisco. Wir haben nicht Wert auf Reisen gelegt, wir haben Wert darauf gelegt, dass wir schöne Bilder mitbringen. Oder auch so. Und in Kroatien, Spanien, überall natürlich jetzt, die Zeit hat es uns nicht ermöglicht. Und dann war das einfach nur, dass wir das im Studio drehen könnten. Und wir wollten natürlich jetzt unseren Lieben, wie wir unsere Fans nennen, natürlich nicht irgendwas vorspielen. Wir sind da und da. Da war schon sehr bewusst, dass wir das zwar in der Art machen, aber trotzdem, dass man sehen kann, es ist durch Corona natürlich auch im Studio entstanden. Ja, und ich finde, es ist eigentlich gut gelungen und dass man auch mal ein bisschen so hinter die Kulissen blicken kann. Eigentlich mal ganz was anderes und ganz nett auf alle Fälle. Es hat auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht und die Reaktion von unseren Fans ist natürlich auch immer ganz schön, weil es ist immer mit so einem kleinen Lächeln gemeint, das Video. Und es kommt auch ganz lang so rüber. Ja, jetzt, euer neues Album beinhaltet ja 14 Titel und sind eigentlich alles wieder tolle Nummern von größtenteils natürlich Felix Gauder oder ausschließlich Felix Gauder produziert. Wie sind die Titel wieder so entstanden? Was sind es denn für Themen, wenn man ein bisschen so mal hinter die Zeilen blickt? Themen, die das Leben schreibt, Geschichten, die das Leben schreibt. Wir haben ja in den letzten fünf Jahren selten oder wenig Zeit gehabt, uns darum zu kümmern, ein Album fast wieder komplett selber zu schreiben und zu komponieren, weil wir einfach viel unterwegs waren, waren viel auf Tour und es war einfach die Zeit nicht da. Und jetzt haben wir einfach diese Misere genutzt, um daraus was Gutes zu machen, nämlich das zu tun, was wir am besten können, nämlich schreiben und komponieren. Und wir freuen uns auch, weil das ist endlich wieder 100 Prozent Fantasy. Das sind Geschichten, die uns berühren, die wir erlebt haben, Geschichten, die wir von Fans beigetragen bekommen haben. Einfach Geschichten, die das Leben schreibt und Geschichten, die wahr sind und nicht erfunden sind. Mit dem Titel Wild Boys, wilde Jungs, entführt ihr ja eure Fans und auch die Zuhörer in die 80er. Da werden ja sicherlich auch wieder Erinnerungen wach. Ja, naja, auf jeden Fall. Die 80er, die haben ja uns geprägt. Das ist ja unsere Zeit, die wir intensiv erlebt haben. Die 80er haben Mode, also die Mode gemacht. Da gab es Schulterpolster, da war alles kunterbunt. Da gab es dann Ballonjogging, diese seidenballonfarbenen Jogginganzüge und was weiß ich alles. Und das war eine Zeit, die wir, glaube ich, alle genossen und geliebt haben. Und ich meine, wenn wir im Alter von den Amigos gewesen wären, dann hätten wir wahrscheinlich einen Song aus den 60ern oder 50ern gemacht. Aber wir waren halt die Kinder der 80er und können aus den 80ern erzählen. Und das haben wir so genossen und wir lieben dieses Lied, weil es einfach zu unserem Leben gehört. Und wir wollen den Menschen auch wieder die 80er Erinnerung bringen. Und ich weiß, dass jeder, der es hört, wird sich an die Zeit gerne zurückerinnern. Jetzt habe ich gerade mal nebenbei Wikipedia geöffnet und da lese ich, obwohl sie mit Liedern wie Geh mit ihm, Halleluja oder alle wissen schon, eine gewisse Bekanntheit erlangten, blieb doch der Durchbruch noch ein wenig aus. Das änderte sich wohl erst, als Andrea Berg euch mit ins Vorprogramm nahm. Und damit war eigentlich der Erfolg geebnet, oder? Naja, also wir haben gestern uns noch darüber unterhalten. Wir haben also in unserer Karriere fast kaum großartige Rückschläge erlebt. Aber auch wurden wir auch nicht von 0 auf 100 hochgeschossen. Also wir sind wirklich jedes Jahr ein Treppchen weiter gestiegen. Und natürlich, klar war es eine schöne Zeit mit Andrea Berg. Wie ich selber sage, die konnte uns die Startbahn ebnen, aber fliegen mussten wir alleine. Und ich denke, bis jetzt sind wir gut, sind wir gut unterwegs. Ja, richtig. Und ich denke, das ist auch wichtig, sodass man wirklich kontinuierlich dranbleibt und auch immer wieder weiß, wo man herkommt. Und natürlich immer schön stetig weiter dranbleibt. Also es gibt ja bestimmt auch Kollegen, die sind mal kurz da und dann auch wieder schnell wieder verschwunden. Das ist bei euch nicht so. 20 Jahre Jubiläum konntet ihr vor ein paar Jahren feiern. Also tolle Sache. Danke, danke. Nächstes Jahr, nächstes Jahr 2021 gibt es ja für euch beide zusammen eigentlich auch noch ein Jubiläum, was ihr feiern werdet. Zusammen werdet ihr 100. 100 Jahre Fantasy. Gibt es da schon irgendwie Pläne, wie da was ablaufen wird? Überhaupt noch nicht. Wir haben ja im Moment gerade andere Pläne und anderes zu tun. Also Pläne, dass wir schnell wieder auf die Bühne gehen können und so. Und wenn es so weit ist, dass wir beide 100 sind, dann werden wir uns Gedanken darüber machen, wie wir die Zeit verbringen werden oder wollen. Wie sieht jetzt der Sommer für euch aus? Was steht an? Fernsehen, wo kann man euch erleben? Ja, man kann uns am dritten Wochenende im August, ich weiß nicht, welches Datum ist, ab dem Sonntag, da sind wir nochmal bei Stefan Ross zu Gast. Wir sind demnächst auch bei Riverwood zu Gast. Nur die Termine im September beim ZDF Fernsehgarten bei Andrea zum Beispiel. Also die festen Termine kann man bei uns auf der Homepage lesen, www.fantasymusik.de. Aber dadurch, dass wir täglich jetzt bei der Promotion-Tour irgendwie 6, 7, 8, 9 Termine haben, die Daten kann ich ja heute nicht geben. Ne, na schauen wir einfach rein auf der Homepage und da findet man natürlich alles, das ist ganz klar. Und ja, jetzt zum Thema Hawaii nochmal ganz kurz. Warst du tatsächlich schon mal auf Hawaii oder ist das noch ein Traum, der ansteht? Wir sind immer noch aktuell mit dem Tretboot unterwegs dorthin und ich weiß nicht, wie lange es braucht, aber wir werden uns, wenn wir da sind, melden. Genau, eine Ansichtskarte muss drin sein dann, ne? Auf jeden Fall. Das wird auf alle Fälle eine tolle Sache, genau. Und der Nena, die hat ja 99 Luftballons gehabt und ihr brauchtet gleich 10.000, oder? Wie ist das zu verstehen dann? Ja, ich meine, als die 99 Luftballons fertig waren, das ist ja schon ganz, ganz, ganz lange her. Und mittlerweile sind da ein paar mehr dazu gekommen, also jetzt 10.000 ungefähr. Und ja, mal gucken, wo die uns hinbringen. Die 99 Luftballons haben Nena nach Amerika gebracht und vielleicht schaffen wir es wirklich mit den 10.000 nach Hawaii. Genau, also ein Humor habt ihr auf alle Fälle immer noch, so soll es auch sein, das ist ganz gut. Auch in der Krise, wie gesagt, wir wünschen euch für das aktuelle Album alles, alles Gute, viel Erfolg. Vielen Dank, danke. Und dann würde ich sagen, euch eine schöne Sommerzeit und vielleicht und hoffentlich sehen wir uns recht bald mal wieder, live sozusagen auch, ne? Denn irgendwann müsste die Krise auch mal wieder besser werden. Hoffentlich, genau. Daumen hoch dafür, dass es so sein wird. Als letzten Abschluss, ihr dürft noch ein paar Grüße an eure Fans raushauen, bitte. Ja, also zunächst mal möchten wir alle unsere Fans begrüßen, die wir lange, lange, lange nicht mehr sehen konnten. Wir wünschen euch, dass ihr alle gesund seid, dass ihr gut durch die Zeit kommt, dass wir uns bald alle gesund und munter wiedersehen können und gemeinsam wieder Spaß haben können und ja, auf dem Tretboot feiern können. In diesem Sinne, alles Liebe. Tschüss. 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 Tschüss.